Engstlenalp im Berner Oberland, oberhalb Innerkirchen ein Stück weit ins Gartenental hinein und dann Richtung Engstlenalp. Ein wunderschönes, unberührtes, fast unberührtes Naturgebiet hier im Berner Oberland. Gesicht zum Titlis und rechter Hand die Gatmer Doromiten und darunter Engstlensee. Eine wunderschöne, naturbelassene Region. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020